Marcus hatte sich geweigert, mit Diemen zu sprechen, bevor der Killer in einer Zelle saß und den italienischen Anzug gegen das übliche weißgraue Sportzeug getauscht hatte, das die Insassen von ADX Florence trugen. Nur für alle Fälle hatte Marcus auch eine Zwangsjacke sowie Hand- und Fußschellen verlangt. Nun stand er auf der Beobachterseite der Glasscheibe und musterte aus zusammengekniffenen Augen jenen Mann, dem eine dramatische Flucht à la David Copperfield gelungen war, nur um sich kurz darauf zu stellen. »Was treibt der Kerl für ein Spiel, Frank?« fragte Marcus. »Schau hinter seine Stirn, deshalb bist du hier.« Ackerman stand hinter seinem Bruder. »Ah, das ist ein beängstigender und zugleich faszinierender Vorschlag«, erwiderte er. »Kannst du dir die Albtraumlandschaft vorstellen, die sein Unterbewusstsein ausmacht?« Marcus forderte Maggie, mit einem Blick auf ihn zu unterstützen, aber sie zuckte nur mit den Schultern. »Warum hat er sich gestellt? Er hatte uns auf ganzer Linie geschlagen, hätte unserem Fahndungsnetz jederzeit entkommen können. Er war ein freier Mann. Jetzt sitzt er in einer Zelle und zieht uns eine lange Nase, als könnten wir ihm nichts anhaben. Was soll das alles?« »Vielleicht liegt es daran, dass wir ihm tatsächlich nichts anhaben können, oder dass er es zumindest so sieht.« »Ich begreife es nicht«, Marcus schüttelte den Kopf. »Hier werden Terroristen gefangen gehalten. Selbst die Al-Qaida könnte hier niemanden herausholen.« »Tja, für diejenigen, die an dem Tag Dienst haben, an dem er ausspricht, sieht's nicht gut aus.« »Ausbricht?« Marcus blickte seinen Bruder verwirrt an. »Er kommt hier nicht mehr raus. Beim ersten Anzeichen von Ärger würde man den Laden hier vollkommen dicht machen, dass keine Fliege mehr rauskommt, und Verstärkung anfordern. Dieses Gefängnis hier ist eine Festung. Und was die politische Seite angeht, hat der Direktor mir versichert, dass Diemens Verhaftung geheim bleibt. Nur Trevor Fagan weiß davon, der Assistent des Generalstaatsanwalts. Niemand über ihm. Selbst wenn Diemen politische Verbündete hätte, wüssten sie, Ackermann verdrehte die Augen, »ich bin mir sicher, dass er ein paar Anrufe getätigt hat, nachdem er entkommen war und von seiner Limousine abgeholt wurde, in der sein Maßanzug schon für ihn bereit lag. Wenn ich seine Möglichkeiten hätte, würde ich alle hier Beschäftigten gleichzeitig töten, um mir die Flucht zu ermöglichen. Und wie würdest du das anstellen? Ackermann musterte ihn verschmitzt. Soll ich dir eine Liste machen? Ja, ja, wirklich. Mach mir eine Liste. Damit stellen wir sicher, dass dieser Irre wenigstens keinen von deinen Plänen durchführen kann. Ackermann zwinkerte ihm zu. Erstklassig mitgedacht, kleiner Bruder. Du tust gut daran, dir mein Genie zunutze zu machen. Als er Diemen dasitzen sah wie eine fette Katze, die den Kanarienvogel gefressen hat, bezwang Markus nur mühsam das Verlangen, mit einem Fausthieb die Scheibe zu zerschmettern und sich auf den selbstgefälligen Bastard zu stürzen. Aber es bleibt immer noch die Frage, warum er sich gestellt hat. Wenn er ein Spiel mit uns treiben will, könnte er das doch viel leichter von der anderen Seite der Gitterstäbe aus. Er könnte uns verschlüsselte Nachrichten schicken oder so etwas. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, was er alles hätte tun können, sagte Ackermann. Offensichtlich spielt er tatsächlich mit uns. Nur, zu welchem Zweck? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was der Kerl vorhat, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir zu ihm reingehen und ihn fragen. Wenig später belegten Markus und Ackermann zwei Stühle auf der anderen Seite der Scheibe. Diemen saß vor ihm, anscheinend hilflos in seiner Zwangsjacke, doch in den Augen des Wahnsinnigen standen der gleiche Hohn und die gleiche Unbändigkeit wie immer. Der schottische Mörder sah aus, als hätte er die Situation völlig unter Kontrolle und würde jeden Augenblick genießen. Markus hatte nicht übel Lust, dem psychotischen Killer das selbstgefällige Grinsen mit der Faust aus dem Gesicht zu wischen, doch er beherrschte sich und fragte stattdessen, Hat es Ihnen Spaß gemacht? Oh, es war exquisit, antwortete Diemen mit seinem schweren schottischen Akzent. Und bei Ihnen? Wir haben herausgefunden, wie Sie es angestellt haben. Das war keine Zauberei, das waren Ihre verdammten Verbrecherfreunde. Wir werden schon noch herausfinden, welche von denen sich an dem Transporter zu schaffen gemacht haben. Diemen zuckte mit den Achseln. Nun, da steht Ihnen bestimmt noch eine Menge Ermittlungsarbeit bevor. Aber ich möchte Ihnen helfen. Ich werde Ihnen alles vorsingen, wie der niedlichste kleine Knastvogel, den Sie sich vorstellen können. Wir machen keine Deals. Das verlange ich auch gar nicht. Was dann? Wie Sie wissen, hat Judas, mein ehemaliger Lehrling, mich hereingelegt. Ohne Hilfe wäre das diesem Dummkopf niemals gelungen. Und auf der ganzen Welt gab es nur einen Menschen, den Judas als eine Art Freund betrachtet hätte. Sein Name ist Gladiator. Ich möchte, dass Sie ihn für mich töten. Ach ja? Marcus ließ seine Nackenwirbel knacken. Wir arbeiten nicht für Sie und wir töten für niemanden. Da habe ich aber etwas anderes über die Shepard Organization und ihre schillernde Vergangenheit gehört. Angeblich seid ihr ein Trupp von Drachentötern. Den Gladiator zur Strecke zu bringen, wäre doch genau euer Ding. Über sprachliche Feinheiten können wir später diskutieren. Marcus ließ die Fingerknöchel knacken und war dankbar, dass Eckermann ausnahmsweise den Mund hielt. Na schön, erzählen Sie uns vom Gladiator. Wo finden wir ihn? Demon lachte. Den serviere ich euch doch nicht wie ein Spanferkel mit einem Apfel im Maul. Machen Sie sich nichts vor, Gentlemen. Sie sind hier, um für mich zu arbeiten, während ich mir ein bisschen Erholung gönne. Erwarten Sie nicht von mir, dass ich Ihren Job für Sie mache. Einen Hinweis. Mehr kriegt ihr nicht von mir. Damit müsst ihr arbeiten. Vielleicht werfe ich euch später noch einen Knochen zu, wenn es gar nicht anders geht. Was ist denn Ihr Hinweis? Zwei Wörter. Mr. King. Marcus kniff sich in den Nasenrücken. Geht's um Martin Luther oder Steven? Demon lachte glucksend und rasselte mit den Ketten. Genau genommen wäre das schon ein zweiter Hinweis, aber es ist keiner dieser beiden prächtigen Herren. Ich weiß nicht genau, wo der Gladiator abends sein müdes Haupt bettet. Deshalb brauche ich ein paar gute Fährtensuche. Und der erste Schritt auf Ihrem Weg zum Gladiator führt über Mr. King. Und wo finden wir den? fragte Marcus. Demon gab keine Antwort. Er schloss die Augen und schwieg wie ein Grab. Und jetzt sein Helikop.